Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch ganz überrascht über das Format und wie sich das alles so gebärdet. Jetzt muss ich den ersten drücken. Genau, die Frage, wie startet man so ein Unterfangen, wo es doch um das Persönliche geht, also die Prägung, was einem wichtig war im Leben. Und aus unerfindlichen Gründen fand ich, dass ich unbedingt mit diesen zwei Bildern starten muss, weil sie in einer gewissen Weise das Entdecken wollen, das Experimentieren, auch am Herd. Aber das ist ja etwas, was man sozusagen in sich trägt und dann auch in verschiedensten Medien macht, zeigen soll. Ich komme aus einer großen Familie, aus einer sehr großen Familie und bin in Graz geboren. Mein Vater ist Arzt und ist der Sechste von sieben Kindern. Mein Vater ist Arzt, aber er ist auch Erfinder. Er hat medizinische Messgeräte erfunden und er hat immer ein technisches Gespür und eine technische Leidenschaft gehabt und hat auch selber teilweise seine Geräte gebaut am Anfang. Und das Improvisieren und Bauen ist etwas, was ihm liegt. Architekten haben wir keine in der Familie gehabt, in der großen, aber noch alle anderen Berufsgruppen von Musiker und Arzt und Priester, Theologe, war alles vertreten. Meine Mutter kommt ebenfalls aus einer großen Familie, sie ist die vierte von fünf Kindern und ist ebenfalls in Graz aufgewachsen und hat Physiotherapie gelernt und auch als solche gearbeitet, bis sie dann uns Kinder bekommen hat. Das sind immerhin fünf und ich bin die zweite von diesen fünf Kindern. Und wie man sieht, das ist eine ganze Menge und rundum haben diese ganzen Geschwister meiner Eltern ja dann auch wieder Kinder und das ist sozusagen eine sehr große Familie. Was ich mich erinnern kann als Kind oder was für mich als Kind sozusagen sehr prägend ist, ist, dass eigentlich Musik immer eine sehr große Rolle gespielt hat zu Hause, Theater, aber vor allem auch das Sonntägliche in die Messe gehen, aber vor allem auch diese Kunst, Feste zu feiern oder Festen einen Rahmen zu geben. Wenn ein Fest gefeiert wurde, gab es immer Ansprachen, Ansprachen, die teilweise in Reimform oder einfach kluge Reden, die gehalten wurden. Es wurden Aufführungen gemacht, es wurde einfach der Augenblick, das Fest wurde gestaltet. Das ist etwas, das ist etwas, was ich wunderbar und wunderschön finde und das mich immer auch als Kind begleitet hat. Wir sind in Graz aufgewachsen, aber sind alle Ferien, fast alle Ferien nach Grundlsee, das ist der steirische Salzkammergut gefahren. Und haben dort eine große Freiheit genossen. Dort konnte man Lager bauen am Waldrand, man konnte schwimmen, wandern, bergsteigen. Wir waren da ziemlich uns selber überlassen, wieder eine Menge von Kindern rundherum. Und wenn der Gong geschlagen wurde, hat es geheißen, man muss nach Hause kommen, es gibt Abendessen. Aber sonst sind wir eigentlich da unterwegs gewesen und diese Freiheit war in der Kindheit und in der Jugend. Und da haben wir uns auch viel einfallen lassen und ich glaube, das war eine sehr, sehr große Qualität, das erleben zu können. In Graz war Schule. Ich war doch insgesamt zwölf Jahre lang in den Ursulinen. Und der Schritt dann nach Wien zu gehen, auf die Angewandte, um dort Innenarchitektur zu studieren, war für mich eigentlich eine große Veränderung. Jetzt schaue ich mal, was als nächstes kommt. Genau. Eigentlich, weil ich habe das nicht so lange eintrainiert, deswegen muss ich immer ein bisschen selber schauen, was als nächstes kommt. Eigentlich wollte ich überhaupt nie Architektur studieren. Ich war felsenfest davon überzeugt, also kurz vor der Matura, wollte ich Wirtschaftsgeografie in München studieren. Und zwar deswegen, weil ich in die Entwicklungshilfe gehen wollte, nach Afrika. Nicht, um dort jetzt direkt vor Ort sozusagen medizinisch oder so zu helfen, sondern eigentlich eher so in größeren Konzepten Konzepte zu machen, wie die Menschen sich selber helfen können. Das war meine Idee und das gab es nur in München und ich habe dort die Uni schon mir angeschaut. Und aufgrund eines Gesprächs, das ich geführt habe, war auf einmal dann dieser Plan zunichte. Das war ein Gespräch mit einem Bekannten meiner Eltern, der eben in der Entwicklungshilfe auch tätig war und der hat nur gesagt, die Projekte brauchen ewig lang und das Geld landet oft ganz woanders und man will Brunnen bauen und dann ist der Brunnen Präsidenten im Garten, aber nicht dort, wo man es eigentlich wollte. Also er hat einfach nur darauf hingewiesen, dass es oft langatmig ist und dass es gar nicht so einfach ist, dass auch die Projekte umgesetzt werden. Auf jeden Fall hat mich das so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht. Und daraufhin war die Frage, was soll ich machen jetzt? Und da ich immer gerne gezeichnet habe und gebastelt habe, besonders Schmuck habe ich immer gemacht, war die Idee meiner Mutter, ob ich nicht nach England gehe, um dort so Innenarchitektur zu studieren. Und ich fand die Idee gar nicht schlecht, habe aber gesagt, in England da dieses ein Jahr Innenarchitektur, das will ich nicht und habe recherchiert, dass man in Wien auf der angewandten Innenarchitektur studieren kann und fand, das wäre ein Versuch wert und habe eine Mappe gemacht und bin nach Wien gefahren und habe diese Aufnahmsprüfung gemacht, diese zweitägige und habe tatsächlich es geschafft, diese Aufnahmsprüfung zu bestehen und bin auf einmal auf der Angewandten gewesen. Das heißt für mich eigentlich ein ganz anderes Umfeld, ganz neue, sage ich mal, Gedanken und Ideen, die im Raum geschwirt sind. Nach zwei Jahren Innenarchitektur bei Johannes Spalt habe ich dann gesagt, ich möchte Architektur machen. Alles oder nichts. Es war immer klar, als Innenarchitekt haben wir ja auch sozusagen Geschäfte, solche Dinge geplant, aber als Architekt kann man ja beides, kann man ja alles machen. Deswegen war die Idee, Architektur zu studieren. Es war auch die Neugier, neue Dinge kennenzulernen. Das war ein Workshop in Berlin, den der Peter Cook gemacht hat. Und Peter Cook war natürlich spannend von seinen Zeichnungen, von ihren Projekten. Ich habe Peter Cook ja später auch persönlich kennengelernt, in unterschiedlichsten Situationen, aber er ist ja auch ein hervorragender Lehrer. Peter Cook war ja einer, der so wunderbar Reden halten konnte und kann nach wie vor und der auch diesen englischen Humor hat. Also nicht umsonst ist er ja auch mit dem Monty Bytons bekannt. Also das sind alles so Universen, die man natürlich über so eine Person dann auch spürt oder mitbekommt. Das war ein Workshop auf jeden Fall in Berlin, den ich gemacht habe und die Lust, in die Architektur einzusteigen. Und dann war eine große Veränderung auf der Schule, weil auf einmal Wolf Briggs die Nachfolge von Johannes Spalt angetreten hat. Und das hat sehr viel verändert, weil Wolf Briggs, der doch sehr viel auch in Los Angeles unterrichtet hat, hat das System aus Amerika gebracht. Wir hatten Reviews, wo einfach Menschen eingeladen wurden, um unsere Projekte zu besprechen. Diese Personen waren teilweise Architekten, die auch aus Los Angeles kamen. Man sieht hier oben Tom Main, da oben, wo er meinen Helm auf hat. Helmut Zwischinski, Wolf Briggs, verschiedenste Leute, die eingeladen waren, Eric Odenmaus. Also es hat sich so eine Welt aufgetan. Man hat direkt mit diesen Menschen auch gesprochen. Wir haben ihnen teilweise auch am Nachmittag Dinge gezeigt oder sie herumgeführt. Also es ist teilweise auch wirklich ein Kennenlernen basiert. Und das war äußerst spannend. Die Programme waren ganz neu. Wir mussten auf einmal Raumabdrücke machen, fliegende Objekte. Es waren ganz neue Aufgaben. Und das war einfach spannend. Es gab dann ein Semester, das hieß Labor und da war die Frage, was interessiert dich? Finde selber dein Programm. Das war eigentlich eine Riesenherausforderung. Und ich habe mich da auch mit der Chaos-Theorie beschäftigt. Aber es war einfach, Wolf wollte einfach wirklich herausfordern und er wollte eigentlich, dass man selber seinen Weg findet und geht. Und das schätze ich nach wie vor sehr, weil er hat damals so ein bisschen ein Biotop geschaffen. Also es war, wir sind wirklich, wir haben wahnsinnig viel gearbeitet, waren in der Klasse, haben dort halb gelebt und geschlafen und Musik gehört, gemeinsam Musik gehört. Und es hat sich einfach so eine Art Gemeinschaft ergeben. Nach meinem Diplom hatte ich die Möglichkeit oder bin ich gefragt worden, ob ich ein Bühnenbild machen möchte für Helbrun. In seinem Garten liebt Don Perimplin Belissa von Garcia Lorca. Eine erotische Geschichte, ein wunderbares Thema. Und ich hatte damals schon mich beworben und die Möglichkeit, bei Stephen Hall in New York ein Praktikum zu machen. Das war schon fix ab Herbst. Das war natürlich toll, aber da habe ich mir gedacht, das wäre, das würde sich ja super ausgehen und das möchte ich gerne machen. Und habe damals den Florian Heiden, mit dem ich zusammen mein Diplom gemacht habe, gefragt, ob er auch mit mir das machen möchte oder ob ich vor allem auch bei Ihnen einen Arbeitsplatz haben könnte. Weil damals hat der Florian Heiden mit dem Ernst, der auch hier sitzt, zusammen und mit Wolfi Grilic und mit dem Paul Zoller, hatten die einen Arbeitsraum. Und diese Formation, die hat damals der Purboys Enterprise geheißen und die haben einfach verschiedene Projekte gemacht, informelle Projekte. Und ich habe angefangen, dort einen Arbeitsplatz zu haben und einfach dort zu arbeiten und auf einmal auch in dieses Universum der Müllpoäsie und der Hirnsäge und verschiedenster Dinge einzutauchen, die ich natürlich schon gekannt habe, auch von der Uni, aber so wurde das Ganze einfach intensiver. Und es ging einfach darum, ich habe da jetzt auch raus vom Georges Perec, das Träumen von Räumen über die gerade Linie. Die beste aller Linien, sagt die Kohlpflanzer. Die Kohlpflanzer, die kürzeste Linie, sagt Achimedes, die von einem Punkt zu einem anderen gezogen werden kann. Aber ein Autor wie ich und wie viele andere ist eben kein Geometer. Ich habe die gerade Linie aufgegeben. Er spricht einfach über die gerade Linie, über die Pragmatik, die er eine gerade Linie hat, aber er als Schriftsteller, ihn interessiert die gerade Linie eigentlich überhaupt nicht, weil die letztendlich nicht das beinhaltet, was ihn interessiert. Und so haben wir uns auch ein wenig gefühlt. Und wir waren eben auf der Suche, worum es eigentlich geht in der Architektur. Der Heinz von Förster war auch so ein spannender Denker, ein Kybernetiker, der ja über das Denken nachdenkt. Und dieser Satz, das Problem ist, dass der Beobachter nicht sieht, dass er nicht sieht, was er nicht sieht. Und wir wollten eigentlich sehen lernen und haben deswegen versucht, auch oft den Blickwinkel zu ändern, um eigentlich das zu sehen, was wir nicht sehen. Und das hat ganz viel damit zu tun, womit wir uns eigentlich beschäftigt haben. Dann bin ich nach New York, zu Stephen Hall ins Büro. Damals klein, in der Houston Street. Stephen Hall, das waren circa acht bis zehn Leute. Er hat gerade am Chiasma Helsinki gearbeitet und an den Makuhari Housings. Und an der Storefront, weil die ist, während ich dort war, eröffnet worden. Und es gab bei ihm am Samstag immer ein Lunch. Da hat er uns alle eingeladen auf ein Sandwich. Also das heißt, alle waren natürlich automatisch am Samstag dadurch da. Da gab es das Sandwich und dann ist diskutiert worden. Da hat jeder immer das aktuelle Projekt, das ist da immer aufgehängt worden. Das war natürlich äußerst spannend. Und ich habe damals auch einen Wettbewerb, ich habe sehr viel am Chiasma gearbeitet, sehr viel Modell gebaut, aber ich habe auch an einem Wettbewerb teilgenommen. Und da hat er immer mir die Watercolors gegeben, die ich dann im Modell umgesetzt habe. Und dann habe ich immer noch ein zweites Modell gemacht, wo mein Vorschlag dabei war. Und das war irgendwie ganz lustig. Also letzten Endes ist es doch ein richtiges Stephen Hall Projekt geworden, aber er hat nicht gewonnen. Einerseits Stephen Hall, wahnsinnig spannend. Wie gesagt, ich war so fasziniert von diesen teilweise parasitären Strukturen, die er teilweise in die Gebäude gemacht hat. Er hat ja auch dieses Edge of the City, wo er sich mit der Grenzlinie zwischen Stadt und Land beschäftigt hat und so ganz Großformationen gemacht hat. Das waren alles Dinge, die mich interessiert haben, worum ich zu ihm gekommen bin. Und es war aber dann so, dass mit diesen Vorstellungen, auf der Suche, auf der wir waren, sozusagen, die Dinge, dass Raum stärker, also interaktiver mit einer Person agiert, dass das Programm einen anderen Stellenwert auch in der Architektur bekommt. Der Nutzer an sich und nicht in Kombination mit der Ästhetik von Raum, aber er ist doch sehr stark, sozusagen, immer mit seinen Zeichnungen und so von dieser Raumästhetik gekommen. Ihn hat das dann teilweise so Erdgeschosszonen, was dort passiert oder diese Verbindung zwischen innen und außen, das war nicht jetzt so sein Interesse. Das ist das, was ich da auf jeden Fall entdeckt habe. Auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Und parallel dazu haben wir Stühle gesammelt. Und zwar, wir haben gewohnt auf der Bowery, Ecke Grand Street, da stehe ich am Dach oben. Unten hatten wir unser, hatten wir in Untermiete ein Zimmer. Und am Dach sind immer mehr, sozusagen, Stühle aufs Dach gewandert. Und das hat den Grund gehabt, eben ein Projekt, wo es darum ging, eigentlich über Funktionen nachzudenken, über was Funktionen in der Architektur bedeutet, exemplarisch an kaputten Stühlen. Wenn sie nicht mehr funktionieren, können sie alles sein, sind sie frei, alles sein zu können. Es hat viel mit der Sprache in der Architektur zu tun gehabt. Es hat viel mit der Stadt zu tun gehabt. Ich will das jetzt gar nicht alles erzählen, weil sonst bin ich schon wieder in der Architektur drinnen. Aber in dem Fall ist es so, dass das so verwoben war, dass das, das hat einfach mein Denken verändert. Ich wollte noch erzählen, es gab damals ein Wolfi-Bauer-Stück, das uraufgeführt wurde in New York. Das hat damals das Bühnenbild, die Ursula Hübner mit Tobias Urban zusammen gemacht. Und die haben natürlich gewusst, dass wir Stühle sammeln, und zwar kaputte Stühle von der Straße. Und diese zwei Stühle, die im Wolfi-Bauer-Stück, weil die haben auch alles von der Straße für das Stück, also für die Stück-Dekoration gemacht, haben wir diese zwei Stühle dann von ihnen bekommen, die wir dann auch in die Sammlung aufgenommen haben. Die Stühle sind dann, wie gesagt, es ging um das Thema der Funktion und was ein Stuhl alles sein kann, wenn er eben nicht besetzt ist von einer bestimmten Funktion. Und hier, der Landlord wurde mit der Zeit ungeduldig. Es waren diese Stühle am Dach oben. Er hat gesagt, es ist gefährlich, wenn der Wind kommt, da können die runterfallen. Also wir mussten irgendwas mit den Stühlen machen. Und letztendlich haben wir entschieden, mit den anderen, die auch in Wien gesessen sind, dass wir diese Stühle mit einem Container nach Wien bringen. Das hat bedeutet, dass die Stühle, die wir davor auf der Straße gefunden haben, auf einmal einen Wert bekommen haben, und zwar genau das Geld für den Container, dividiert durch 97, haben die auf einmal wieder einen Wert gekriegt, nachdem sie aus der Wertschöpfung rausgeflogen sind. Und das war kurz vor der Abfahrt. Wir haben dann auch noch diese Karte angefertigt. Wir haben auch Porträts von den Stühlen angefertigt. Wir haben ganz viele Dinge mit den Stühlen gemacht. Aber es waren die Stühle auch unser Guide, um New York kennenzulernen. Und wir waren dann auch Spezialisten, um zu wissen, wo es welche Stühle gibt. Das hat natürlich auch wieder damit zu tun hat, was dort für Häuser sind. Was ich nur sagen möchte, wenn man sich eine Fährte oder eine Aufgabe legt, kann man Dinge entdecken. Und das waren Sachen, die wir einfach untersucht haben. Einfach begonnen, ohne genau zu wissen, was dabei rauskommt. Die Stühle sind nach Wien. Und da sind dann auch einige Dinge damit gemacht worden und Stationen. Und letztendlich haben wir auch ein Buch damit gemacht. Aber das erzähle ich jetzt nicht. Sondern wir sind auch noch auf eine Reise gegangen. Und zwar haben wir uns teilweise Land Art angeschaut. Wir sind nach Los Angeles. Wir konnten ein Ticket bekommen, um das Lightning Field von Walter de Maria uns anzuschauen. Das ist ja ganz toll. Also da wird man wo abgeholt, fahrt zu einer Hütte hin, wo diese 400 Edelstahlstäbe in der Erde stecken, in einem genauen Raster. Und ist dann mit, es hat sechs Betten insgesamt, also drei Zimmer, drei Doppelzimmer. Und ist dann mit unbekannten Menschen 24 Stunden zusammen in diesem Ambiente. Es ist so etwas im Kühlschrank. Und es ist ganz eine eigenartige Inszenierung, um diesen Ort auch kennenzulernen. Auf jeden Fall haben wir eben verschiedene Dinge. Wir waren auch in Mafa, am Donald Judd Foundation. Und eine Sache, die ich besonders beeindruckend fand, war von Michael Heitzer, der Double Negative. Das ist ja in Nevada auf so einer Hochebene. Und wir sind eigentlich fast hineingefahren oder hineingefallen, weil das kaum sichtbar ist. Man findet das nicht. Da gibt es auch nicht wirklich ein Schild. Ich habe auch gehört, dass das jetzt schon ziemlich erodiert ist. Aber ich glaube, dieses Natur künstlich zu bearbeiten, wo es dann auf einmal zum Raum wird und wo die Grenze zwischen Raum oder wann ist es Architektur und wann ist es, wie es die Übergänge sind. Das ist schon ein Thema, das uns auch immer in unserer Architektur beschäftigt. Wie der Übergang, wie diese Verzahnung zwischen Natur und künstlich und natürlichen ist. Und ich glaube, dass eben dieses Double Negative auch diese Themen schon ein bisschen vorexerziert. Es war für mich klar, zurück nach Wien zu gehen, weil wir das Gefühl hatten, wir können die Welt erobern. als in dem Fall dann zu dritt. Also das Team hat sich da, vom Purboys hat sich da verändert. Das war dann der Ernst, der Florian und ich. Das war ein Foto, das wir abgeben sollten, weil wir den experimentellen Preis bekommen haben. Und wir haben dann dieses Foto abgegeben und die haben sich total aufgeregt, weil sie gesagt haben, man sieht ja niemanden drauf. Aber wir fanden, das ist genau das, wie wir gesehen werden wollen. Das heißt in Bewegung und irgendwie ist alles im Entstehen. Ja, also auch eine gewisse Verweigerungshaltung, könnte man auch sagen. Und um wirklich den eigenen Weg zu gehen. Wir hatten dann die Möglichkeit, erst die Projekte auch zu realisieren. Parallel dazu wurde Hirnsegel Nummer 7 gebaut, ein Raum und also nach wie vor diese Ebene der 1 zu 1 Experimente, das Nachdenken über Architektur in 1 zu 1 Tun und Denken, das haben wir weiter verfolgt und das machen wir, wenn möglich, nach wie vor. Ein weiterer Schritt dann, also auf einmal ist man irgendwie wahrgenommen worden, weil davor haben wir eigentlich in einem Kreis, in einem Umfeld agiert. Da waren Jonathan Quinn, die Gelatins oder damals noch, die alle da irgendwie mit involviert waren, wenn man Projekte, Dinge gemacht hat. Aber da gab es dann die Wahrnehmung von einem weiteren Umfeld und wir sind zu Archilab nach Orléans eingeladen worden von Frédéric Migarot und das war für uns natürlich total spannend. Da waren lauter junge Architekten eingeladen, die dort ausstellten, die dort zu einem Symposium drei Tage und das war auf einmal ein Schritt auch in eine andere Welt und auch ganz andere Konzepte, die man dann auch noch mitbekommen hat. Ja, 2000 haben wir dann The Next Enterprise gegründet. Das ist eben ein Foto, wo da ernst auch drauf ist. Deswegen ist das da, habe ich mir gedacht, das muss ich unbedingt, muss das auch mit dabei sein. und ich sage, es ist auch unser Architekturbüro, aber es hat auch damit zu tun, mit gemeinsam arbeiten, gemeinsam leben und in weiterer Folge auch gemeinsam auch Familie haben. Und das ist, darüber spricht man ja nie, aber irgendwie ist das natürlich heute, finde ich, sollte das auch Platz finden, weil es ein wichtiger Teil ist für mich und für uns, frage ich jetzt mal, aber es ist ein wichtiger Teil und Inspiration und wichtig ist nach wie vor auch für uns die Natur, ob mit gemeinsam wandern gehen oder einfach Luft schnappen, Musse, Inspiration, hier auch mal in Osttirol, nicht nur im Steirischen Salzkammergut oder Besuche, Menschen, Treffen, hier Edgar Honetschläger bei ihm im Atelier. Man sieht die Kinder immer auch mit dabei. Wir wollen, ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht, ich habe die Arbeit meines Vaters nicht miterlebt als Kind. Der war einfach sehr wenig da. Wir haben das alles später erfahren und meine Kinder, die Armen, die müssen, haben, werden mitgenommen und sind mitgenommen worden und haben da viel, glaube ich, mitbekommen. Wie gesagt, zwischen am Berg sein, ein tolles Franouille-Konzert auf der Alm oder auch in New York Kunst oder zu nützen. Wir haben jedes Jahr ein Osterfeuer und dieses Osterfeuer, das wird gebaut, gemeinsam und je höher, desto besser und schon mit spezieller Technik, damit es besonders schnell sich anheizt. Das ist der Ernst auch ein Spezialist und das sind Dinge, die dann mit den Kindern auch gemeinsam gemacht werden und ich finde es auch toll, wenn Erwachsene und Kinder zusammen solche Dinge tun. Wir haben auch begonnen, aus praktischen Gründen eigentlich nicht mehr einen Weihnachtsbaum zu haben, sondern einen zu malen und das ist dann so richtig, das ist etwas, was wir eigentlich jedes Jahr machen, außer wir feiern nicht in Wien und malen uns den Weihnachtsbaum und da sind auch Freunde eingeladen und die malen mit und das ist alt und jung und der schaut jedes Jahr anders aus, das war einer, der so ein bisschen eher palmenmäßig ausgefallen ist und genau, also irgendwie Familie und Kinder und Arbeiten und Dinge ein bisschen zu vermischen, wir lieben die hybriden Situationen und das ist dann auch nicht steril, sondern das ist manchmal ein bisschen improvisiert, wie auch am Anfang meines Vortrags, hat ein bisschen Improvisation, ist vielleicht nicht so perfekt, aber ich glaube, es ist ernst gemeint. So, und jetzt, es gibt natürlich nach wie vor viele Inspirationen und die Donna Haraway ist eine Person, die ich toll finde, eine Biologin ursprünglich, aber eine, die sich auch mit der Zukunft beschäftigt, die uns ja alle beschäftigt mit Klimakrise oder wie sollen wir uns gegenüber der Natur verhalten, auch als Architekten oder überhaupt. Sie hat dieses Buch geschrieben, Unruhig bleiben, die Verwandtschaft der Arten im Chilus Seen, also das hat sie erfunden. Sie geht davon aus, dass wir einfach die Natur und die Tiere und Pflanzen besser verstehen lernen müssen und dass das anfängt, zusammenzuwachsen. Und ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, weil wir ja nach wie vor alles untertan machen und dadurch uns auch schwer tun, Lösungen zu finden, die wirklich nachhaltig sind. Es war lustigerweise, da ich ja jetzt in Kassel unterrichte, der Beuys hat ja auch dieses, finde ich, tolle Projekt für die Documenta 7 gemacht, die 7000 Eichen, wo er gesagt hat, Stadtverwaltung, Stadtverwaltung und wo er ja auch über dieses Projekt angefangen hat, dann 7000 Eichen zu setzen, das erste Crowdfunding-Projekt auch damals, weil die Leute konnten sich eine dieser Stählen kaufen und damit auch einen Baum oder und damit sozusagen diese Pflanzung machen. Also das war ein spannendes Projekt und ich habe auch versucht, mit meinen Studierenden da jetzt diese Fragestellung zu finden für dieses Thema und wir haben ein Jahr uns beschäftigt mit Baum und Raum, so hat das geheißen und es ging darum, wie der Baum als gleichwertiger Nutzer in einem Gebäude, wenn man das als Annahme annimmt, eingeführt wird, was das bedeutet für das Gebäude, für den Menschen, was es da für Möglichkeiten sich ergibt, also es gab große Recherchen, was denn, wir sind schon fertig, gut, wunderbar, ich habe viel zu lang geredet, dann sage ich, ins Virtuelle interessiert uns auch einzusteigen und uns gibt es jetzt über 20 Jahre und das möchte ich allen mitgeben, Handel steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird, das ist auch ein Zitat von Heinz von Förster, den wir sehr schätzen und somit schließen wir ab. Es war etwas länger und dann machen wir das Interview etwas kurzer, aber danach haben wir die Diskussionsrunde, da können wir gemeinsam sprechen. Welche Sachen berühren dein Herz, also welche Sachen machen, dass du Gänsehaut bekommst? Hat man das nicht bemerkt? Da habe ich ja einiges gezeigt, also aber Gänsehaut, richtig Gänsehaut, also ich kenne Momente, Gänsehaut Momente, die haben sehr oft auch was mit Musik zu tun, wo Musik so richtig raumfüllend ist und eine gewisse dichte Atmosphäre im Raum ist. Das gibt es auch, das kann man auch auf einem Berggipfel oben haben natürlich, also es hat, ich würde sagen, wenn mehrere Sinne angesprochen sind und man überwältigt ist. Schön, noch eine zweite Frage? weil ich jetzt so schnell geantwortet habe. Nein, nein, pass, alles gut. Was ist deine große Herausforderung heutzutage? Meine größte Herausforderung heutzutage ist, ich habe andere Fragen, ist mir das, was ich auch sage, dem auch treu zu bleiben. Das ist eine Herausforderung. Was auch nicht einfach ist. Ja, stimmt. Ist es okay, wenn wir Pausen machen und dann sprechen wir weiter in der Diskussionsrunde. Wunderbar, sehr gerne. Vielen Dank, Marie-Thérèse, für einen schönen dass ich so lange war. vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.